Uhlala, mit diesem sexy Outfit bringt Let's Dance-Moderatorin Viktoria Swarovski das Eismächtig zum Schmelzen. Auf ihrem neuesten Instagram-Foto posiert die Millionenerbin im babyblauen Minikleid mit silberner Schafsfelljacke und cooler Sonnenbrille vor den schneebedeckten Bergen. Ich werde immer ein Bergmädchen sein, schreibt die 27-Jährige unter dieses Knallerfoto. Die gebürtige Österreicherin ist am Ostersonntag an der Seite von Schlagersänger Florian Silbereisen in der Kultseifenoper Traumschiff zu sehen. Für den Dreh ist Viktoria Swarovski in den Norden Deutschlands gereist und hat dort im Dezember im eisigen Bremerhaven gedreht. Aber so wie es auf ihrem sexy Schneebild aussieht, hat die schöne Moderatorin keine Probleme mit Schnee und kalten Temperaturen. Und wenn es doch einmal zu frisch ist, steht Hündchen Winnie schon zum Kuscheln und Aufwärmen bereit. Wir ziehen uns warm an und sind gespannt auf die kommende Folge vom Traumschiff.